Jetzt komme ich! Hiermit erkläre ich die 64. Sitzung des Nebelschülerrats für eröffnet. Und zwar offiziell. Ergebt euch uns vollständig. Die Menschheit wird all ihre Waffen abgeben und danach all ihre Staaten auflösen. Iona! Ich bin dein Schiff, Gunso. Es bleibt dabei. Wir werden uns wie geplant zu ihnen begeben. Dann finde ich raus. Warum uns mein Vater verraten? Und sich der Nebelflotte angeschlossen hat. Ich werde, um mich von dieser schwer zu akzeptierenden Emotion zu befreien, restlos alles zunichte machen. Bis hier wollte ich doch schon immer mal kämpfen. I-401! Kongo! Du bist aber spät dran. Lauf nicht weg! Auch wenn ich erlösche, bleibe ich im Herzen derer erhalten, die an mich denken. Feuer! Feuer! An des Nebels Wesen soll diese Welt genesen. Sitzung geschlossen. Ich gebe es hier zuCH, es gehts São Oliver. Nie looksarry! Ich gebe es hier zu mit返 Untertitelung des ZDF, 2020